Hallo und Willkommen zurück zu Cana Bridge of Spirits. Ich hoffe euch geht's allen gut und wir machen direkt weiter. Letztes Mal haben wir ihre Schmiede zurückgeholt bzw. zurückerobert und von der Verderbnis geläutert. Jetzt können wir hoffentlich ein bisschen weitermachen von das Dorf. Ich habe auch noch ganz viele Geisterpost, die ich abgeben muss. Da werde ich jetzt auch gleich mal schauen wo ich die Erde abgeben muss. So wie ich das verstehe kann ich das im Dorfzentrum machen. Aber wie es jetzt genau funktioniert weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich erst mal schauen. Weil die Häuser hier sind ja teilweise noch mit Verderbnis bedeckt und die kann ich jetzt nach und nach freischalten mit der Geisterpost. Ich bin mir noch nicht sicher wie. Die habe ich auf jeden Fall alles schon. Es würde ja heißen, dass die Geisterpost für den Ort hier ist. Hier war ich schon. Hier drüben könnte ich wahrscheinlich weg reinigen oder? Sieht jedenfalls so aus. Hier brauche ich Geisterpost oder? Na ja gleich mal versuchen. Weil da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich das da einfach weg reinigen kann. Mit meinen Rott. Oh die kommen da gar nicht hoch. Moment. Warte. Funktioniert es? Ne funktioniert nicht. Schade. Aber auf der anderen Seite war noch was. Und ich reichte es noch. Ja das sieht auch nicht aus als könnte ich es weg reinigen. Einfach so. Ne funktioniert nicht. Schade. Wo muss ich denn die ganze Geisterpost hinbringen? Sekunde. Geister. Das ist das was ich gefunden habe in Erinnerung. Abgehört kann ich mir leider noch keins leisten. Wobei doch. Wo sehe ich denn meine ganze Geisterpost, die ich abgeben kann? Geisterpost eins von drei. Ich habe ja zwei gefunden. Das müsste ja eigentlich heißen, dass ich die irgendwo abgeben kann. Oder nicht? Untersuchen. Ah. Ich glaube hier war noch irgendwo ein. War ich nicht getäuscht? Muss ich hier doch nichts machen? Sorry, dass ich mich gerade hier ein bisschen umschaue. Das würde mich schon interessieren, ob ich jetzt hier irgendwas weg reinigen kann. Wahrscheinlich nicht. Ne. Heißt, ich muss mich dann darüber pawnen. Ja. Geht leider nicht anders. Weil ich habe wirklich gedacht, ich könnte jetzt mit der Geisterpost hier irgendwas aufmachen. Vielleicht hier. Ne, es sieht nicht so aus. Schade. Ich habe wirklich gedacht, ich könnte wieder irgendwas freischarkeln. Wenn ich von der Schmiede hier runter gehe und das anschauen. Weil da muss ich auf jeden Fall noch hin. So, wo muss ich jetzt lang? Ja, das ist richtig. Wobei ich kann doch hier runter hüpfen ohne zu sterben, oder? Ne, ich mache es nicht. Ich riskiere es jetzt nicht. Muss uns nicht unnötig sterben. Ich komme aufzug schneller. Und wieder runter. Überlebe ich den Sprung? Wenn ich hier runter laufe? Mist doch eigentlich. Hier unten war ich ja schon, oder? Nicht. Ne, war ich tatsächlich nicht. Moment. Ochsenhut? Okay. Da unten ist hier jedenfalls nichts. Mal schauen, was hier passiert. Weil manchmal sind da Gegner drunter. Oder halt roten. Je nachdem. Ne, Gegner. Explodieren, die Gegner. Die ist direkt eingreift. Das war Fail. Aber ein Rot. Sind die gerespawnt? Die habe ich doch letztes Mal alle gemacht, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle gerespawnt sind. Achso, Explosion. Sind die tatsächlich gerespawnt? Weil ich war hier definitiv schon mal. Ah, okay. Da muss ich mich mal runter, glaube ich. Moment, da komme ich gar nicht hin. Weil hier bin ich ja runtergerutscht. Ja. Also wir machen jetzt erstmal die Story ein bisschen weiter. Und dann können wir uns das ja nochmal anschauen. Das ist komisch. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe die alle schon geklärt gehabt. Jetzt kriege ich wieder ein Pferde davon. Ist ein bisschen salzhaft. Ah, oben oben. Da ist ja eine Höhle. Was ist hier hinten noch? Auch noch Punkte. Ah, scheinbar respawnen die Punkte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einige davon geklärt hatte. Kann mich natürlich auch täuschen. So, was geht hier? Moment, welcher ist der erste? Weil bei einem fängt es immer an. Ich schaue jetzt erstmal, was das hier bewirkt. Also ganz schlau bin ich da jetzt noch nicht raus geworden. Ja, hier oben ist auf jeden Fall nur Mut. Jetzt ist die Frage, was kommt mir das da oben? Moment. Wieso leuchtet denn der direkt auf, wenn ich das benutze? Das stimmt doch schon mal was nicht. Also ich muss auf jeden Fall hier drauf bleiben. Warum lassen die sich nicht aktivieren? Ich und Puzzeln ist immer so eine Sache. Das ist alles schön und gut, aber irgendwie... Ich schaue erstmal, was hier hinten ist. Vielleicht fällt mir ja währenddessen irgendwas an. Okay, das geht da unten. Interessant. Ich bin mir sicher, wenn ich nicht so schlecht im Puzzeln wäre, hätte ich das jetzt hier nicht gefunden. Weil ich einfach weiter gegangen wäre. Ah, interessant. Meditationspunkt. Ein bisschen mehr live wieder. Wäre ich schlecht? Was? Da mache ich glaube ich auch schnell ein Foto. Foto aufnehmen. Passt. Sonst noch irgendwas hier? Ne. Ja, muss ich wieder aktivieren. Sonst komme ich nicht zurück. Ich bin mir in dem Game beim Springen immer absolut unsicher. Moment, was ist jetzt hier drüben? Ich hätte es mir vorher anschauen gesagt. Mein Fehler. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Ich hätte in einen Stein nämlich nochmal umböllern gemusst. Jetzt. Ähm. Moment. Das ist schlecht. Ich weiß nämlich nicht, wo ich danach hin muss. Oh man. Schlecht. Ähm. Wie funktioniert denn das jetzt? Ich muss nämlich da irgendwie rüberkommen. Wie mache ich das? Weil wenn ich das hier rüberbombe und mich da rüber ziehe, habe ich ja nichts mehr, wo ich weiterkomme. Achso. Ich kann da klettern. Jetzt sehe ich es. Ich lande auch nur durch Fehler leider. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier überhaupt lang muss, aber was soll's. Was? 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 Oh. Oh. Waske, oder? finden. Ah, ich kann mich hier direkt überziehen. So, wieder ein paar Geheimnisse gefunden. Jetzt muss ich rausfinden, wie ich hier weiterkomme. Weil ich habe das Gefühl, ich übersehe wieder irgendwas. Moment, da drüben ist auch einer drauf, oder? Das ist so ganz schlau, bin ich hier jetzt gerade noch nicht raus geworden. Da oben war ich ja schon. Oh nein, ich habe die Wurme schon wieder gebrochen. Ähm. Mal aktivieren, kann ich sehen, wäre ich, oder? Okay, ich glaube, ich verstehe es. Einmal. Zweimal. Ich bin hier gerade umgedreht. Geht zum Puls. Ah, bingo. Ich habe was dazugelernt. Oh, warum ist hier so dramatische Musik? Was geht hier runter, ne? Oh, wait. Muss ich hier echt runterkleiden? Yay. Das war knapp neben den Steinen. Das wird schiefgehen gekonnt. Ah, sie sind auf jeden Fall Gegner. Wer hätte es gedacht. Das geht mit den Steinen an. Wie zwei Gegner? Wie zwei. Zum Glück ist das keine verdorbene Pampe. Sonst wäre ich jetzt wieder direkt tot gewesen. Was läuft hier? Erstmal gucken. Ich verstehe schon. Das habe ich hier ebenfalls. Wait, what? Okay. Ich baue den also auf, damit ich dann von der Oren runterkommen will konnte. Das war aber dann dumm, hier runter zu hüpfen. Ich komme hier überhaupt wieder runter. Weil aus dem Wasser raus kann ich gar nicht schießen. Und die kann hier auch nicht rausklettern. Los, ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Hier habe ich ja was zum hochziehen. Aber das nützt mir halt nicht so richtig viel. Wobei. Wobei ich kann ja während ich mich da rüber ziehe mich weiter darüber ziehen. Macht das Sinn? Und jetzt. Bingo. Na komm zu mir neuer Rad. Neuer Kumpel. Das ist aber jetzt mein Problem noch nicht. Da habe ich irgendwas übersehen. Da habe ich irgendwas übersehen. Oh. Es könnte sogar funktionieren. Ich habe gerade was rauskommen. Muss ich jetzt aber erstmal testen ob das funktioniert. Weil das war gerade knapp dran, dass ich es schaffen könnte. Also einfach vorher hüpfen. Ob das intended ist, weiß ich nicht. Aber es war gerade ein bisschen seltsam. Kein Rockfall. Das war weiter. Es ist auf keinen Fall gewollt, was ich gerade gemacht habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh. Und das war. Ne. So gut sind jetzt auf jeden Fall nicht. Das war jetzt gerade auch einfach ein Fehler. Interessant, dass das überhaupt funktioniert. Ne. So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Hm. Aber ich habe halt auch keine andere Stelle, wo ich irgendwie rückkehlen kann. Oder übersehe ich. Oh, da geht's rein. Heißt, ich komme doch hoch. Oder? Oder was ist das hier? Bin doch von, bin ich von hier gekommen? Moment mal. Irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Ich bin nur von hier gekommen, oder? Oder nicht? Oh Gott. Ich bin dermaßen lost, wenn es um solche Sachen geht. Mir fällt doch keine Möglichkeit, alles anders anzugehen. Bei hier noch bin ich auch mit zauberen. Und mich da nach oben ziehen, ist ja auch nicht möglich. Aber Moment. Ich bin ja, ich bin ja blind. Da sind Sprungdinger, wo ich hochklettern kann. Oh, und ich komme da so spät drauf. Oh Mann. Das ist wieder typisch. Okay, das ist wieder ein Event. Besiege den Holz, bitte. Was ist denn da jetzt, bitte? Achso. Oh, hoppner. Hopp. Nein, nein. Ist da ein Kumpel angehauen. Ah, fast nicht getroffen. Achso, die musste ich jetzt gar nicht mehr kennen. Hm, war auch nicht schlecht. Mann, was haben wir hier? Ist das jetzt eine Rute oder eine Maske? Anna ist Maske. Oder Anna ist? Je nachdem. Ich bin mir ziemlich sicher, ich muss von der Seite ran. Ja. Nein, das funktioniert nicht. Nein. Verkorkst gleich wieder. Ähm. Moment mal. Wird doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Ich böllere das ab und drehe das so lange, bis ich rüberkomme, oder? Ach, jetzt. Was hat dich gereicht? Nein. Ach, bumm. Das war jetzt wirklich knapp. Ja. 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 So ganz steige ich hier nämlich nicht rüber. Ha. Ach, funktioniert. Nur ein bisschen besser timen. So, hier ist wahrscheinlich wieder ein Boss, oder? Das sieht nicht gut aus. Und dann haben wir noch mal auf Nummer 1, 2, 2. Geht was? Weil irgendwo ist hier die Quelle unterbrochen. So. Aber es ist einfach nur, damit man nicht die Orientierung verliert. Das kann natürlich auch sein. Okay, hier sind Gegner. Hm? Oh. 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 Das war knapp. Glaube ich jedenfalls. Ja. Das war ein bisschen knapp. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Hierüber, oder? Warte. Oder muss ich auf die obere Plattform? Das kann natürlich auch anders sein. Das ist wie ein Aufzug. Moment. Ja, das war jetzt ein bisschen fail. Wo ist denn hier der Kletterding? Hier. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Muss nur ein bisschen schreiber sein. Ja, beim zweiten Mal ist es natürlich wieder einfacher. Ist hier noch was? Ah, das ist ein Gott. Lohnt sich wirklich mal aussicht, um zu schauen, wenn man irgendwo hochklettert. Was macht sich? Bist du noch mittlerweile schon alles downgekriegen? Okay, das sieht stark nach Großkampf aus. Dann kommt man zu mir. Glaublich. Hä? Gegner keinen Bock auf mich, oder was? Ich bin gerade ein bisschen verrückt. Irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Hätte ich hier überhaupt schon reingesalt? Weil eins ist sicher, ich muss hier drücken, oder? Kaputt kriegen tue ich ja nix. Und zurück kann ich glaube ich auch nicht mehr. Hä? Bin ich jetzt stuck, oder was? Habe ich irgendwas zum aktivieren übersehen? Oh Mann, es ist meistens immer so einfach und ich sehe es einfach nicht. Komm, kommt's kaputt. Komm, kommt's kaputt. oh scho 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 what wo ist das oh das ist ein big boy okay wo ist das ja ah daneben ich wollte ihn eigentlich ins Auge treffen oh komm mal ich fahr auf dich zu bewegen mitten ins Auge und ins Auge und dann und dann nice geht auch ist hier noch was irgendeine Worte dazu dass er versteckt geht nicht so aus ne passt wobei das da hinten kann ich weglieren da ist sicher wieder irgendwas weil die Steuerung in dem äh Bewegungsmodus ist ein bisschen naja gewöhnungsbedürftig diese tonnenweiße Punkte so ich würde sagen wir beenden es hier und wir machen in der nächsten Folge weiter also macht's gut habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns ciao